du kennst es ja alles ich kenne ich kenne doch gar nichts ich muss dazu sagen ich bin jetzt heute zum ersten mal in diesem spiel drin was man sicher gar nicht gemerkt wo musst du denn hin wir sind hier unten wo das loch ist ein bisschen darüber ich will das loch zurück bitte lasst mich zurück was ist das mit der tür ach so dann kann man da durch springen du kannst aber auch sterben aber errungenschaft freigeschaltet was tal ist also ich meine es war ja klar wenn der kubik hd zu mir sagt macht das ein stück weiter nach rechts muss ich das weiter links machen und machen nie was ein mann sagt hey wer hat mir das geklaut hat mich getroffen gleich drei mal vier mal das ist ja schlimmer als bei resident evil wer will hier was kaputt machen ach nee das ist ja easy dann ja toll das kommt man nicht ich finde das nicht so easy nein nein geh hoch geh hoch ach das war das mit den pfeilen ja pass auf geh auf das andere ding geh auf das was ich gemacht hab da dieses große hell und dann kannst du von der anderen seite hoch springen ja aber das ist viel zu nein nein nicht so so nicht ja stimmt ich hab das ding ja dazwischen ich hab ich seh mal der eigene fall nicht mehr also wo steh ich denn drauf du musst die einzelnen plattformen bringen ja toll das sagt er mir jetzt ne jetzt sagt er mir das jetzt sagt er mir das ähm unten zu der plattform gehen ja äh pssch ich will hier keinen das ist ja wie cheat hier hab ich extra für dich hingesetzt ja 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 ich hab's geschafft ich hab's geschafft jaaaa voll übersteuer und sogar mit münze das gibt noch einen extra bonus ich hab's geschafft das erste mal ich liebe dieses spiel hahaha auf einmal da macht sogar der bieb bieb da gehst du doch drauf wiii scheiße durch das langsame bin ich dann aber auch nicht mehr so exakt ne so wie das aussieht ich bin nicht mehr die erste du bist echt nen arsch weißt du das ach so der andere ja ja der andere haha dieser cubic nein ich bin nicht mehr die erste Böseste von allen, mache ich jetzt hin. Das, was uns immer getötet hat. Das, was uns immer getötet hat? Ja, ich und Papa haben schon erschlafen diese Falle da hinten gehabt. Achso, jetzt das, was ich jetzt drauf gemacht habe? Ne, ich habe da hinten dieses Pfeil-Ding gemacht. Ach, das meinst du, ja. Oh, jetzt hört die da auf, du an dem Trampeln. Ey! Nein, nein, spring da hoch, spring da hoch! Geh, geh, los! Ich habe es zum zweiten Mal geschafft, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschafft. Jetzt war es zu einfach. Oh, ne, wir haben keine Punkte gekriegt. Ich werde jetzt so abkacken, ehrlich. Oh, toll! Genau in meine Falle. Ach, deine Mitte ist auch noch meine. Das ist deine eigene Falle gefallen, glaube ich. Oh, nee, das war sich gefallen. Nein! Oh, nee! Aber ich bin in meine! Ja. Und du wurdest nur erfeil... er... er... erfeil... erschossen. Oh, 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 oh. Was ist das denn hier? Ach, das... ne. War das nach unten durchfallen, glaube ich, oder? Ja, wenn man drauf ist, dann geht es weg. Ach, scheiße! Ich dachte, das heftet sich da unten. Och, nee! Nein! Oh, die stürzt ja auch noch hinterher. Aber ich war schon tot. Ich wurde ja erstauchen von diesen Dingern. Ja, komm, trau dich! Komm, ich dann sehe ich! Oh, spring jetzt! Jetzt spring! 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 Na los! Komm! Ja, komm! Los, kleiner Gecko! Oh! Oh, ich liebe meine Falle! Ganz ehrlich! Ich finde sie ja... Ja, toll! Du hast auch gut dahin gemacht! Diese Kugeln sind sowieso übel. Wieso ist eigentlich so viel? Noll, jetzt hast du nur einen so einen Ding abgesprengt! Ja, ich habe ja nur das kleine gehabt. Ich wäre ja so doof, ich habe nur das kleine genommen statt das große. Oh! Ach, Mann! Die Tür so rausgeht! Jetzt haben wir es gar gemacht. Hier, drüber! 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 Nein! Nein! Ich werde nicht entsorgt. Das ist doch süß. Ich sage, ich muss so gnadenlos hin tun. Was ist das hier? Ach, das ist das, was sich dreht. Okay, und das dreht sich. Und wenn da noch Kleber dran ist, drehen sich auch die Plattformen mit. Geht das hier auch auf zwischendurch? Es ist immer auf in der Mitte. Es ist immer offen, aber man muss da erst reinkommen. Ach so, verstehe. Okay. Nein! Boah, ey! Hat der sich hier eine Abkürzung gemacht? Ah! Nein! Boah, ey! Hat der sich hier eine Abkürzung gemacht? Ah! Nein! Ganz nicht, ja! Also mit da runter. Ja, Pfeil runter. Wieso erfahre ich das jetzt? Das sind diese Cheater-Tricks, ne? Die anderen immer so... Ja, ja! Ich glaub das ja nicht. Du bist ja auch, Mann. Oh, das geht sogar durch. Ich schlafe. Papa, hast du dann mitgetötet? Oh. Mich auch. Ich würde oben rumlaufen. Und in die... Springe in die Dornen, genau. Das sind keine Dornen. Oder nimm ledig noch mein Eis um den Schläger-Tromm. Nein! Nein! Wieso geht der da oben hin? Wir sind ja schon weit, echt. Ah, dieses Einer, der das... Und dann letztes Mal die große Plattform mit dem Stachel-Ding da drauf. Welche? Erste? Links. Hier? Ja, da ein bisschen runter. Runter. Ja. Na super! Da bleibst du aber doch kleben, hä? Ne, die Plattform dreht sich da oben. Ach, die ganze Plattform dreht sich dann. Ja. Ach so, okay. Komm, ich mach's den Leuten mal was einfacher, wenn sie da oben hinkommen. Ja, wenn sie erstmal da hinkommen. Nein! 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 Oh! Ja! Ja! Nein! Das war ein bisschen... Das war ich nicht, die gerade ja gesagt hat. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Nein! Ach so, scheiße, ich hab geschlafen. Ja. Ach komm. Das war's. Das war's. Das war's. Wow. Das war's. Ach, scheiße, warum bin ich jetzt mit einem Cubic hier am springen? Ne, oder? Ah. Das ist scheißteil. Nein! Ich bin gleichzeitig mit dir gesprungen und dann hab ich gemerkt, dass ich du wäre. quasi was machst du da der episode von elke steht drauf weil in seinen hintern zu haben die falle doch noch im sieben ich weiß was ich habe jetzt so oft drauf geklebt ja super nein 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 ich bin an den lüfter gekommen an meine eigene falle ich wollte gerade sagen so doof muss man erst mal sein aber gesagt ich meine meine kugel mehr sage ich nicht damit kommt ach so damit ok ja toll wieso spring ich da durch sag mir doch dass der kaputt geht dann hättest er gewonnen das war auch meine platz vor meiner der schläger der kam doch von ihm diese kleine mini pieke wo bin ich mann du bist immer noch hier ich kann ja super aber wir kommen ja jetzt da oben hoch und da ist es egal ist das jetzt dieses schießding da ach ne ja okay ich seh schon nein was da ich bin doch da nein 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 ich war doch da ich Da geht alles auf die Taille, scheiße. Oh Mann. Was machst du da denn jetzt? Ich bin tot. Da hängt der Bongbongbong. Er braucht sich nicht wundern, wenn er gleich Kopfschmerzen hat. Oh. Oh. Ja, super. Er hättest fast nicht gemerkt... Oh, scheiße. Hört toll. Oh, fast nicht auf. Er hättest fast nicht gemerkt. Ich hab mich hier schon so oft getötet. Das ist nur die Umlege gesprungen. Scheiße, was hab ich... Achso, das hab ich bekommen, okay. Hä? Ja. Ja, ich bin ein Handwerker. Hui. Oh. Nein, 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 geh drauf, geh drauf, nein, nicht runterspringen. Oh Mann, wenn ich panisch werde, dann drücke ich nur noch auf den Jump-Knopf und dann passiert gar nichts mehr. Ja. So. Scheiße, das ist der Eingangsbereich. Ja, toll. Da oben ist er auch noch nicht genug. Nein! Achso, das sind diese... Ach, das ist der Geistabschießer. Das ist meiner, den hab ich dahin gemacht, der hat mich sehr beeindruckt. Achso, ich dachte, der Cubic ist mit mir gestorben, du warst doch. Nee, ich... Ich bin aber auch gut. Ich bin aber auch gut. Ich glaub, wir haben's zu hart gemacht bis jetzt, im Moment. Ja, mach mal da oben, sonst kann man da gar nicht mit holen. Falls wir jemals nach oben kommen, heißt das. Jetzt kommen wir nach oben. Ach du Scheiße, das Ding dreht sich jetzt mit unten. Ja, das hab ich gesagt. Boah, ist nicht dein Ernst. Ah! Ach, das fand ich dann hoch. Oh Scheiße. Das Abspritz- Ja, das... Das Abspritz-Teil, genau. Genau, das Abspritz-Teil. Mie, die... Wir müssen das auspieten, ne? Ja, jetzt kommen wir gar nicht mehr durch, geil. Nein! Nein! Ach, da war auch noch einer Scheiße! Nein! Der war gut. Bom, bom, runter. Wenn ich so umgedreht, hab ich da hingesetzt. Ja, siehste. Das war das mit der Falle, ne? Ey! Boah, du hast genau gesehen, dass ich das gerade im Kopf hatte. Äh, im Kopf hatte. Ne, du hast, du hast gefragt. Das war der Fehler. Ach, die Treppe. Na! Wieso springt sie nicht? Ja, geil! Ja! Ähm, jetzt kann ich losgehen erstmal. Zack! Nein, jetzt hat er da auch noch so eine schöne Treppe da oben. Geh weg! Geil! Aber das ist, äh... Oh! Geil! 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 Ja! Nein! Warum hast du das oben weggemacht? Ja, weil du es gesagt hast. Das wage ich zu bezweifeln. Ich werde so etwas Blödes niemals gesagt haben. Oh Mann, ne! Ja! War das ein hart umkämpfter Punkt? Und wenn ich jetzt? Ach da! Ähm... Jo! Super! Nein! Nein! Ach Scheiße! Ich stand ja da drauf! Nein! Oh! 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 Oh... Oh! Ich werde immer so abgelenkt von einem Roboter, der plötzlich auf dem Kopf steht. Ich weiß auch nicht. Ja Silke, setz mal an dieses drehende Ding da am Stacheldraht. Ne, ne, ich bin gerade am gucken gegen dem Stacheldraht. Rote auf diese Plattform, die dreht sich. Oh ne, das ist doch böse. Ich komme sowieso nicht ins Ziel, da mache ich euch wenigstens noch platt. Ich wollte eigentlich da draus springen. Da hast du noch rück. Jetzt bist du zerquetscht. Aber jetzt weiß ich auch, was mir drehen eine Plattform meins wäre. Hätte ich auf der anderen Seite machen müssen. Jetzt bräuchte ich eine Atommombe. Oh! Einen Atoll! Und, so. Das ist so. Oh je. Nein! Nein! Nein, das war die falsche Tüste. Nein! 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 Ich bin noch drauf! Boah! Scheiße! Nein! 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 die hier lag. Ja, die haben ich extra da hingetragen, damit der belohnt wird, der oben ist. Danke, damit habe ich gewonnen. Warum? Du weißt doch, dass der Kubik der einzige ist, der immer nach oben kommt. Ich hatte ja gehofft, vielleicht wenn wir es schaffen, dann kriegen wir eine Blüste, aber naja.